Hast du Fuchs dabei? Ja lustig, hast du Tiger? Siehst du, das ist jetzt ein Problem, weil ich heute mit so einem Kinderwachs mal gerade hole, ich mir einen Tiger aufs Gesicht hätte ich gemacht, aber ich meine, Fuchs, das macht kein Fuchs, das ist kein Fuchs, das macht ein Wolf. Keine Ahnung, Wolf fuchst doch eh als selber, außerdem, also wie macht denn bitte ein Fuchs? So macht ein Fuchs, bin ich mir ziemlich sicher, das ist ein Fuchs. Eieieiei, das ist alles schlimm. Ja und jetzt? Ja wie macht denn einen Wolf? Wie hört sich ein Wolf eigentlich an? Ja. 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 Ja.